Jo Leute, da bin ich wieder, der Z, äh, neuer Server und mein Kollege Max war hier schon drauf und meinte, hier würde richtig dick Stimmung gehen. Hier ist aber nix los und ich hör ne Leiche und das ist die von Max wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ich hab jetzt, ich bin in der Kirche und ich werd mich hier jetzt erstmal ein bisschen ausrüsten, weil hier liegen so ein paar Leichen rum, übrigens muss ich dazu mal eben sagen. Oh mein Gott ey, jetzt bin, oh ja, da liegt ne Leiche und da steht ein Zombie direkt neben der Wand. Pass auf, pass auf, da geht's, äh, es ist echt nicht ohne. Okay, ich bin richtig derbe nervös, was soll ich denn jetzt machen? Ja warte, ich komm gleich, äh, besuch dich. Ich bin am überlegen, ob ich einfach rausrenne auf den Berg daneben und gucke ob... Nee, warte mal, da ist ein Spieler, ein anderer. Friendly? Und gucke, ob ich von da snipen kann. Du bist vielleicht friendly, ich aber nicht. Okay, ich hab keine Mund. Scheiße, 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 fuck, okay, er haut aber, nee, er ist nicht abgehauen, er ist immer noch hier. Der Typ hat ne Crowbar, die werd ich mir jetzt mal schnappen, dann werd ich den mal versuchen wegzusmacken, mach. Ich bin Spieler. Ja, warte mal, ich bin gerade beschäftigt. Und zwar per Wärmebild nach da hinten. Mach das zu. Alter. Alter, ohne Witz, was ist das denn für ein kranker Scheiß, was hier abgeht ist. Ja, das ist echt nicht ohne. Was hat denn der für ne Zweitwaffe? Ich hab auch komische Klamotten an, plötzlich hier, so richtig geil. Soll ich den Glee-Suit anziehen? Nein. Wenn du stirbst... Ja, eben, damit ihn keiner kriegt. Weil wenn ich sterbe, wenn ich... Wenn ich sterbe mit dieser Waffe hier, ne? Okay, man muss sagen, ich bin PvP-Noop, aber trotzdem, wenn ich sterbe, dann wirst du da wahrscheinlich auch nicht mehr hinkommen. Ja, Marsch. Ich versuche jetzt erstmal, den Typen umzubringen. Ja, der... Wie ich nervös bin, ey, und da liegt ne Leiche. Oh, fuck, Mann! Ich muss nachladen, scheiße. Okay, ich bin tot. Fuck! Ja! Ich renne jetzt auf den Hügel. Ich mach das jetzt. Nein, mach's nicht, da wird gesniped. Pass auf, ich brauch noch mein Zeug. Das ist im Turm. Ja, du bist witzig. Wenn ich jetzt in den Turm gehe, dann werde ich dadurch wohl eher erschossen, als wenn ich zum Hügel renne. Ich muss den Stacheldraht wegmachen. Da ist kein... hier ist kein Stacheldraht. Okay, ich bin tot. Was, bitte? Ach, der Stacheldraht da. Ja. Ja, warte mal. Ich mach mal aus Sicherheitsgründen erstmal die ganzen scheiß Türen zu. Ja. Jetzt wechselt der Waffe. Ich versuche, neu zu spawnen. Ich versuche dann bei Elektro und dann versuche ich mal da, zu dir zu kommen. Ähm... Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie nervös ich bin, ey. Doch, kann ich nicht vorstellen. Wer ist jetzt bei Waiting for Paraculture Creighton? Jetzt mal kurz daraus gucken, ob da irgendwo was abgeht. Ne, alles klar. Ich müsste hier eigentlich relativ sicher diesen scheiß Draht entfernen können. Hast du die Türen zugemacht? Ja, hab ich. Alter, wenn hier jetzt irgendwo einer... Ja, das ärgert mich. Ich hab zu schlecht getroffen. Hier liegt ein toter Gear. Ich geh mal bei Gear rein. Der hat den besten Rucksack und alles. Das ärgert mich gerade. Ja, okay. Er hat sich bei mir auf dem Bubble-Loading aufgehangen. Ne, ich glaube nicht. Das hat bei mir auch sehr lange gedauert. Ja? Oh Gott. Ich krieg den Draht nicht weg. Ich komm, ich kann... Ich krieg den nicht angevisiert. Ja, scheiße. Musst du vielleicht den Body halten oder so? Da war's gerade, glaube ich. Ne, das ist Open Door. Okay, ich bin jetzt bei Mail und schnell auf Sport. Jetzt habe ich ihn weg. Und ich bin bei Oddmail. Okay, respawn. Oddmail ist aber rechts von Elektrone. Das weißt du. Spät. Ah, yes. Disconnect. Okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Map, 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 map. Ja, aber Oddmail ist doch relativ weit weg tatsächlich noch. Hab ich gerade mal gesehen. Ja. Es wird, glaube ich... Ja, pass bloß auf da. Wenn du stirbst, we're waiting for character to create. Ja, dann wird's lustig vor allem. Ja. Weil auf so einem Server kannst du dich nicht mal eben kurz problemlos ausrüsten. Wieso? Weil merkst du doch, was hier abgeht. Ja, weil man ist wenigstens ein bisschen spannender. Und man kann auch endlich mal ein bisschen PvP machen. Ja, wo ich ja ein richtiger Lappen drin bin, wie du vielleicht weißt. Ja. Oh, hätte ich mal eher eine Waffe gehabt. Ich hatte jetzt gerade schon wieder eine M9... Eine M9SD. Doch, Junge, ey. Und ich... Ja, und hab ihn ein paar Mal getroffen. Und dann musste ich nachladen. Und dann hat er dich totgekloppt, oder was? Ja, nee. Dann rennt man. Ja, bin ich! Er hat mich... Er war besser als ich. Lappen, ey. Weißt du, vor allem, das war so fies. Er hat mir erst geholfen, hat dann schon wieder geballert. Und dann hab ich versucht, ihn umzubringen. Ja, danach hast du's doch nicht besser verdient. Alter, ich bin so nervös, ne? Ich will hier aus dieser Feuerwache raus. Ohne Witz. Ja, weiß nicht. Ich leg dich da in der Ecke, wenn du in irgendeiner Reinkommallersen hast. Ich stell die Waffe jetzt auch auf voll. Ah, scheiße, ey. Ich hab nur noch drei Magazine, ey. Das ist voll nervig. Reicht's schon. Scheiß Rucksack, ey. Ohne Witz musst du einfach despawnen. Ja, hast du den Stacheldraht weggemacht? Ja, hab ich. Ja, dann guck doch mal, ob da vielleicht noch... Achso, du kannst ja nicht hoch. Nee, ich geh da nicht hoch. Ich geh da definitiv nicht hoch. Ja, verstehe ich. Ich könnte da zwar hoch, aber das ist mir meine Ausrüstung nicht wert. Ja, das verstehe ich. Alter, wie ich gerade zitter. Ohne Witz, wieso? Mehl, was ist mit Ottmehl? Wie lange brauch ich's? Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen weniger als der Weg von Scherno nach Elektro, würde ich fast sagen. Aber du musst halt bedenken, dass du auch tatsächlich dann an der richtigen Seite stehst direkt, ne? Ja, was soll ich jetzt machen? Respawn oder von da aus? Ja, mach, mach Respawn. Alter, wieso bin ich denn so derbe nervös gerade? Ohne Witz. Da sind ja richtig viele Sachen explodiert, als ich alleine drauf war. Ich bin nicht witzig. Aber jetzt ist hier irgendwie gerade nichts mehr los. Hm, da ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja, glaube ich auch fast. Das ist der Sturm. Scheiße, auf dem Server werden auch die Personen nicht eingezeichnet. Ja, du selber nicht. Nee, nee. Stimmt, du hast recht. Alter, das merkt man vielleicht jetzt gerade hier beim Game, nicht hier in der Aufnahme und so, wie nervös ich gerade bin, Alter. Ja, ich zitter auch schon. Ja, du hast ja nicht so ein Problem. Du kannst ja einfach laufen und denkst dir, ja, ich hab ja nichts zu verlieren. Aber zieh dir mal meine Ausrüstung rein, Alter. Ja, das ist verdammt. Alles in Ordnung? Boah, ja, alles in Ordnung. Ich bin gerade, wieso warst du auf einmal so still? Ich bin sehr konzentriert. Also, Lukas, im Zweifel einfach friendly schreien und dann abböllern. Ja, genau, ich bin nicht so ein Arsch. Okay, vielleicht auch doch. Alter, Powell 2 was killed. Waiting for character to quit. Da kommt nicht die Flitter. Ich will aus dieser verfickten Feuerwache. Weißt du was, ich renne jetzt einfach. Nein, da wirst du eher getötet, als wenn du da drin wartest, glaub mir. Wenn da nämlich, wenn da jetzt... Ja, aber ich muss doch irgendwie rauskommen. Und wenn ich in die Stadt renne, dann werde ich da wohl noch schneller getötet. Ja, aber wenn ich da bin, dann kann ich dir helfen. Oder wenn du stirbst, dann kann ich dir die Ausrüstung wenigstens safen. Ja, das Problem ist, in der Aufnahme ist es jetzt so langweilig, hier nur so nervös rumzutapern und nix zu machen. Ja, das stimmt. Okay, ja, dann hast du den Stacheldraht weggemacht? Hm, und ich geh jetzt noch mal kurz in den Rucksack und fresse was und dann renne ich. Okay, dann tu das. Wo rennst denn du dann hin? Wir müssen uns auch wiederfinden. Bedenk das, ne? Ich renne einfach auf den Berg da oben drauf und renne erstmal über den Berg rüber. Renn ich erstmal um in Deckung zu... Dann kann es ausgehen, dass da Sniper sind, ne? Ja, ja. Oder wo kann man denn noch so hinrennen? Ne, aber ich hab schon mit dem Wärmebild so diesen... Zumindest diesen Hang abgescannt und da ist irgendwie nix drauf. Im Wald oben und so, die können sich verstecken, schau mir das mal. Oh, Waiting for Curl, talk to Curl, komm, mach hin! Soll ich trotzdem einfach rennen? Weiß ich nicht. Ich bin ja dafür. Hier ist ja so eine geile Stange, ey, da würde ich gerne mal hoch. Oh mein Gott. Wieso bin ich so fucking nervös, ey, mittlerweile muss es doch mal gut sein hier. Da ist ein Spieler, ich seh einen. Genau da, wo ich gerade... Genau da, wo ich gerade hinrennen wollte, ey. An dem Berg... Knall ihn weg! Hm? Knall ihn weg! Der ist, was weiß ich, wie weit weg, ey, ohne Witz. Achso. Na und? Das sind 500 Meter oder mehr und ich war gerade auf 100 geserot. Und jetzt ist er auch schon wieder irgendwo hinter einem... Fühl festwunden. Achso, ja, bei mir passiert jetzt gerade gar nichts mehr. Ich bin ja ernsthaft dafür, den Ghillie Suit anzuziehen. Leul, du bist gekillt worden. Ja, ich hab auf Respawn gedrückt, weil nichts mehr passiert ist bei Waiting for Character to Create. Da hab ich die ganze Zeit, wo unten D-D-D-D was killt, bla 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 und ist aber nichts mehr passiert. Alter, wie viele Leute hier sterben, ey, ohne Witz. Ja, das ist halt ein voller Server. Waiting for Character to Create. Hast du einen Timer gestartet? Ja, na sicher. Das hab ich sogar gemacht, bevor ich bei Setup was completed stand und hab einfach eine Minute länger gestellt, damit ich das nicht noch auch noch machen muss, wenn ich hier so hibbelig durch die Gegend wusel. Oh, komm mal hin, Mann! Der sich denn die ganze Zeit bei Waiting for Character to Create auf! Waiting for Character to Create, Mann! Ich höre ein Zombie. Oh, nee, ich muss hier jetzt nicht wirklich Zombies wegballern, oder? So lange du da... Achso, du bist ja rausgelaufen, ne? Nee, ich bin noch nicht raus. Aber ich glaub, ich renne jetzt raus. Ich bin einfach so derbe nervös, wenn nichts passiert, ey. Deswegen bin ich auch so ein schlechter Camper. Ja. Ich renne, oder?